Und dann haben wir von unseren Nachbarn erfahren, dass meine Eltern unter der Decke liegen. Und ich habe damals nicht nachgedacht. Mir war alles wirklich wurscht. Ich wollte einfach weitersuchen. Mein Name ist Majdi, ich bin 29 Jahre alt. Ich wohne in Innsbruck seit über acht Jahren. Beruflich bin ich Personal Trainer, bin ich auch Teilzeit angestellt in der Diakonie, in einer Flüchtlingsorganisation. Nebenbei bin ich auch selbstständig als Dolmetscher und vor kurzem habe ich meinen Programmierkurs abgeschlossen. Majdi musste 2014 aus Syrien fliehen. Er hat gegen die Diktatur von Bashar al-Assad demonstriert und dadurch sein Leben aufs Spiel gesetzt. Seine Flucht ging über die Türkei nach Rodos. Eigentlich wollte Majdi dann nach Schweden, blieb aber in Österreich hängen. Seine Eltern sind 2016 in die Türkei geflohen. Mittlerweile ist Majdi Staatsbürger und hat sich ein Leben in Innsbruck aufgebaut. Das ist nicht die Geschichte seiner Flucht, sondern die Geschichte einer Rettung. Montags in der Früh um halb vier kriege ich einen Anruf von meinem Cousin. Dann wache ich auf, denke mir mal, was ist los? Dann hebe ich so ab, sage mal, hey, weißt du was von deinen Eltern? Sag ich, was ist los? Also er sagt, ich erreiche meinen Eltern nicht. Und dann hat er gesagt, ja, da ist, glaube ich, irgendwas Schlimmes passiert, Erdbeben und so. Und eigentlich, bevor er das mir erzählt hat, habe ich das nicht ganz wahrgenommen. Ich habe gesagt, ja, beruhige dich mal, alles gut. Dann habe ich meiner Mama geschrieben, Mama, bist du wach? Und dann hat sie die Nachricht gar nicht bekommen, weil sie kein Internet gehabt hat. Und dann habe ich meinen Dad angerufen, habe ich ihn auch nicht erreicht. Und dann ist mir dann eingefallen, dass noch ein Cousin, der auch dort gelebt hat, vor Ort ist. Und dann habe ich ihn angerufen. Einmal hebt er ab, sage ich, hey, Mustafa, wie geht es dir? Dann sagt er zu mir, was, wie geht es mir? Boah, die Gebäude sind am Boden. Sag ich, was ist los? Dann sage ich, jetzt ist ein Erdbeben passiert und wie ist es vor einer Stunde gerade passiert? Und es regnet voll und wir haben es überlebt und unser Gebäude ist zum Glück nicht komplett zerstört worden, sondern nur hat sich verborgen. Dann sage ich, bitte kannst du zu meinen Eltern gehen und schauen, ob es denen gut geht? Sag er, ja, ich sage dir noch Bescheid. Und dann ruft er mich nochmal an, sag er, ja, eure Gebäude steht noch. Dann haben wir uns beruhigt. Um 4.17 Uhr Ortszeit bebte die Erde im Südosten der Türkei. Hier die Aufnahmen einer Sicherheitskamera. Betroffen sind mindestens 10 Provinzen, darunter auch die Stadt Adana. Dort stürzte auch ein 17-stöckiges Gebäude ein. Das stärkste Beben seit Jahrzehnten, heißt es. Allein in der Türkei sind mehr als 1700 Gebäude eingestürzt. Um die Toten kann sich kaum jemand kümmern. Die Zeit drängt, nach Überlebenden zu suchen. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt ein Wettlauf gegen die Zeit. Und dann haben wir gesehen, okay, das Gebäude steht eigentlich noch. Also haben wir uns beruhigt, dass es unseren Eltern gut geht. Aber sind wahrscheinlich irgendwo jetzt draußen. Und dann schicke ich das Foto an die Frau meines Bruders, weil sie haben bei meinen Eltern gelebt. Und sie sagt, das stimmt irgendwie nicht. Irgendwie ist das Fenster, eigentlich was das dritte Fenster ist, ist in zweiter Position. Jetzt fehlt ein Stock und dann hat man von unseren Nachbarn, der eigentlich im zweiten Stock gelebt hat, erfahren, dass meine Eltern unter der Decke liegen. Und dass er eine Zurückklopfung gehört hat, weil er hat geklopft auf den Boden, hat anscheinend meine Mama zurückklopfen können. Und dann ist dieser Tag vorbeigegangen und da waren wir voll gestresst und da haben wir nicht gewusst, haben wir nicht einmal schlafen können. Da war ich schon bei den Gedanken, ja, jetzt muss ich fliegen. Meshti macht sich auf den langen Weg. Zuerst nach München, von dort fliegt er nach Istanbul. Von Istanbul fährt er zwölf Stunden lang nach Adana. Dort nimmt er seinen Cousin mit, der aus Berlin gekommen ist. In der Nacht zum 9. Februar kommen sie in Antakya an. Um 3 Uhr, 23 Minuten sind wir angekommen und die Stadt war sehr gruselig. Also wirklich, ich war ja oft in dieser Stadt, es war Katastrophe. Also wirklich die zerstörten Gebäude, die Trümmern, die Leute, die immer geschrien haben nach ihren Verwandten oder ihren Eltern oder ihre Familie. Die Einsatzkräfte, die Blaulichte, die Ambulanz, die Stimme und das Blaulicht des Dings, das vergiss ich nie. Das läuft immer noch in meinem Gehirn, immer wieder. Dann kommen wir an, um, glaube ich, um vier in der Früh oder halb vier. Da wollte ich, wollte ich einfach suchen, da wollte ich in die Wohnung reinkommen und dann, das war alles dunkel, wirklich sehr gruselig. Das Gebäude steht, ein Stock fehlt und dann bin ich direkt in die Wohnung reingegangen. Dann bin ich reingegangen. Es war halt sehr schwer, sehr schwer wirklich zu bohren, weil es kann sein, dass sie auf die irgendwas runterfliegt. Aber ich habe trotzdem weitergemacht, weil ich habe mir gedacht, ja, die Eltern sind halt da und ich habe damals nicht nachgedacht. Mir war alles wirklich wurscht, ich wollte einfach weitersuchen. Und da habe ich nach meinen Eltern geschrien, da haben sie gerufen, dass sie mich, dass sie einfach verlehrt, dass sie mehr Kraft kriegen, falls sie noch am Leben sein sollten und dass ich für sie da bin. Und ich habe gesagt, ja, ich bin Maschdi, ich bin dein Sohn und ich bin da, jetzt halte dich durch und du wirst es überleben. Und ich habe versucht, ihr Kraft zu geben. Und dann habe ich irgendwas gerochen, was nach Leiche riecht. Diesen Geruch kannte ich. Als ich ganz klein war, habe ich eine gestorbene Katze gefunden und laute Kindheit halt. Und dann ist das mal hängen geblieben, der Geruch. Und das Gleiche habe ich gerochen von außen. Ich bin schon davon ausgegangen, dass sie im Schlafzimmer waren. Es war relativ früh. Ich habe mein Ohr auf dem Boden tun müssen und mein Atmen durchhalten müssen, damit ich was höre. Mein Gesinn hat mit mir mitgehört und hat sein Ohr auch auf dem Boden getorn. Und dann habe ich voll geklopft und voll geschrien, hey, meine Mutter, ich bin da, hörst du mich? Es war genau so still, so wie jetzt. Und dann höre ich eine ganz weite Stimme stönen, wirklich. Dann sage ich, hey, mein Cousin, hast du das gehört? Sag ich, nein, ich glaube, du hast ja Halluzinationen. Und dann hole ich zwei Typen, die draußen gestanden sind. Einer ist mit mir mitgekommen. Habe ich nochmal geklopft, nochmal das Gleiche gemacht. Habe ich auch was gehört. Und dann, ich habe Hoffnung gekriegt. Meine Mama lebt noch. Der andere hat so auf den Boden geschaut. Nein, ich habe leider auch nichts gehört. Dann kommt noch ein Dritter, also zwei. Ich habe gesagt, bitte können zwei mit mir mithören. Vielleicht täusche ich euch. Den Gleichen hat er nichts gehört. Ein anderer, also der neu dazukommen ist. Dann hat er Tränen bekommen und hat gesagt, ja man, da ist was, da ist jemand. Und dann habe ich volle Freude bekommen, dass jemand mir geglaubt hat. Jetzt haben wir jemanden gehört oder haben meine Mama gehört, aber wir haben kein Werkzeug. Wie soll man jetzt bohren? Du kannst ja nicht mit den Händen bohren. Und nach so einer halben Stunde sind die Einsatzkräfte gekommen. Dann waren, glaube ich, neun Leute. Die haben gesagt, ja, wie menschlich ist das, neun Leute suchen, weil ich bestätigt habe, dass da jemand lebt. Und da, wo das Loch quasi größer geworden ist, da bin ich immer wieder reingegangen in die Wohnung. Sie haben mir aber nicht erlaubt, weil mein Dad gestorben war. Ich habe es schon gespürt, ich habe es schon gewusst. Und sie wollten nicht, dass sie einen Schock kriegt oder dass sie traurig wird. Und dann habe ich aber die Stimme von meiner Mama gehört. Leider war sie in einer sehr schwierigen Position. Sie war mega eingeklemmt, dass sie nur den rechten Körperteil bewegen konnte. Und deswegen hat sie am ersten Tag quasi zurückklopfen können. Da haben wir dann meine Mama in der Ambulanz oder in der Rettungswagen einstiegen lassen. Wir haben sie geholt. Und dann bin ich auch eingestiegen. Dann bin ich auch ins Krankenhaus mit ihr gefahren. Da, wo wir angekommen sind, im Krankenhaus, das war die zahreste Chaos, was ich je gesehen habe. Also es war wirklich, das war komplett unvorstellbar. Also die Ärzte selber waren mega überfordert. Also das Blut hat man am Boden gesehen. Also da sind, das war einfach der Weltuntergang. Und dann landet meine Mama im ersten intensiven Station. Da habe ich mir eigentlich nie gedacht, dass da irgendwas passieren könnte. Ich habe mir gedacht, ja, wenn sie drei Tage unterm Boden oder unter die Trümmen oder unter die Gebäude halt quasi überlebt hat, dann wird sie das auch sicher überleben. Auf einmal kriege ich mit, dass sie in ihrer Nier gewaschen werden sollten, weil der Blut war vergiftet. Aber wir haben uns gedacht, jetzt kriegt sie Bepflegung, jetzt kriegt sie Behandlung. Das ist ja nicht so schlimm. Und die Aufgabe war jetzt, die Leiche von meinem Dad zu holen und sie irgendwo begraben zu können. Und dann sind wir nach Antakya gefahren. Um zwei Uhr in der Früh sind wir angekommen. Das war sehr schrecklich. Das war sehr, nicht schrecklich, aber das habe ich nie im Leben mir vorgestellt, dass ich mit meinen eigenen Händen den Körper oder die Leiche von meinem Dad holen musste. Mitten in der Nacht muss Meshti einen Ort finden, an dem er seinen Vater begraben kann. Außerdem braucht er einen Totenschein. Es gibt einen Platz in der Stadt, an dem das gemacht wird. Als er mit seinem Cousin hinkommt, ist der Platz voll mit schwarzen Leichensäcken. Erst am Vormittag arbeitet dort wieder jemand. Meshti muss die Leiche seines Vaters zurücklassen. Es ist eine der schwierigsten Entscheidungen seines Lebens. Doch Meshti ist erschöpft und muss sich jetzt um seine Mutter kümmern. Er wird die Leiche seines Vaters später wiederfinden. Dann bin ich zurückgefahren. Um sieben in der Früh oder um sechs sind wir angekommen. Da haben wir natürlich im Auto ein bisschen geschlafen, drei Stunden. Und ich habe nachher jede Stunde auf dem Handy geschaut oder ins Handy geschaut. Weil ich habe meine Nummer hintergelassen in der Intensivstation. Falls irgendwas ist, sie soll mir anrufen. Da habe ich keinen Anruf gekriegt. Aber innerlich war ich nicht so rubbig. Und mir war es irgendwie, was hat gestört. Und dann um zehn Uhr in der Früh stehe ich auf. Ich aufhalte. Im Auto haben wir ein bisschen geschlafen. Und dann gehe ich so rauf. Und auf einmal sehe ich sechs oder sieben Leute. Das ist schon, glaube ich, elf gewesen. Sechs oder sieben Krankenschwestern und Ärzte. Die waren um meine Mama herum. Sie waren bei der Wiederbelebung. Und dann habe ich gesagt, nein, das kann jetzt nicht sein. Ich hoffe, sie überlebt es. Diesen Moment konnte ich nicht nachvollziehen, weil das ist einfach ein Schock, das jetzt nicht mehr da ist. Ich habe gesagt, ja, vielleicht passiert jetzt was Gutes. Vielleicht passiert jetzt was Gutes. Und dann danach, glaube ich, zwanzig Minuten. Sie haben versucht, nach zwanzig Minuten ist ein Arzt rausgegangen. Er hat gesagt, ja, Subaid Al-Humsay, wer ist für Sie da? Dann hat er gesagt, ja, das ist meine Mutter. Dann hat er mich so umgeahmt. Und dann hat er gesagt, ja, sie ist schon weg. Dann haben wir uns gedacht, ja, da war eigentlich, dann bin ich am Boden gefallen. Das Crush-Syndrom beschreibt eine Ansammlung von lebensbedrohenden Komplikationen. Sind Menschen längere Zeit eingeklemmt, entstehen in dem eingeklemmten Bereich des Körpers durch absterbende Zellen giftige Stoffe. Wird man befreit, werden sie in den Körper geschwemmt. Das Crush-Syndrom ist die zweithäufigste Todesursache bei Erdbeben. Meine Mutter wollte immer mit meinem Dad leben. Immer. Sie haben sich wirklich sehr geliebt. In der letzten Zeit ist mein Papa krank geworden. Und sie hat mir ab und zu mal gesagt, hey, ich befürchte, dass ich irgendwann einmal ohne deinen Dad aufstehen würde. Das Gefühl möchte ich nicht haben. Und ja, sie ist ihm nachgegangen. Sie wollte nicht ohne ihn leben. Da haben wir sehr geweint. Ich und mein Köser. Das ist ja kein guter Zeitpunkt, auch um schwach zu sein. Weil die Aufgabe war auch zusätzlich, dass wir jetzt haben wir zwei Leichen auch, die wir irgendwo begraben müssen und die Totenschein machen müssen. Und dann kriege ich einen Anruf von Rihani Hostess. Das ist ein Grenzenort, fast vor Syrien. Von einem Arzt hat er gesagt, ja, brauchst du jetzt nichts mehr machen. Bring einfach die Leichen her und wir können alles da ausstellen. Und da haben wir wieder meinen Dad im Kupferraum getan. Meine Mama, habe ich sie hinten hingelegt und dann bin ich mit ihr gewesen. Ich habe ihre Füße auf meine Füße gestellt, weil wir hatten keinen Platz. Mein Gesön ist gefahren, ein Kumpel ist auch gefahren. Und dann habe ich ihre Hände gehalten. Die Hände waren zusammen und das war ein sehr, sehr trauriger Moment. Und dann habe ich geweint. Und dann, ich habe mir, es war, jetzt erzähle ich das zwar, aber ich kann mir immer noch nicht vorstellen, wie der Schock ist noch da. Also ich glaube immer noch nicht, dass sie jetzt nicht mehr da sind. Dann habe ich die Hände gehalten und dann habe ich gesagt zu ihr, jetzt wolltest du einfach die Welt verlassen mit meinem Dad und jetzt hast du es gemacht. Und wir werden dich sehr vermissen. Und dann habe ich mit meinem Bruder da mittlerweile schon kontaktiert gehabt, dass er quasi die Leichen von der anderen Seite, von den Schüren übernimmt. Und dann haben wir die Leichen quasi in andere Autos reingetan und dann haben wir sie übergeben. Dadurch, dass mein Bruder noch in Syrien lebt, der Murhav, hat er sie begraben neben meinem Opa, neben meinem Opa und meiner Oma, dass sie zumindest in einem Ort begraben werden, wo sie sich gehören. Weil das war der Wunsch meines Erz, dass er begraben wird, in Idlib. Und dass auch mein Bruder, der meine Eltern seit acht Jahren nicht sehen konnte, aufgrund der Schwierigkeiten, zum Fahren in die Türkei, dass er sie besuchen kann und dass er sich ein bisschen beruhigen kann. Also meine Mutter war die geduldigste Person, die ich gekannt habe. Sogar in der schweren Zeit, wo mein Dad in der letzten Zeit krank geworden ist, hat sie sich um ihn gekümmert. Und egal, wenn ich spüre, dass ihr nicht so ganz gut geht, ich frage meine Mama, wie geht es dir? Dann sagt sie, ja, mir geht es gut, macht euch keine Sorgen. Wenn es euch gut geht, dann geht es mir auch genauso gut. Und sie war einfach das größte Herz der Familie, weil jeder hat sich bei ihr eingeweint und sie hat voll schön zugehört. Und sie hat sich interessiert, zum Beispiel vor allem für meinen YouTube-Kanal. Sie hat mich immer wieder gefragt, ja, das Video ist gut, vielleicht kann ich das anders machen. Und sie hat immer kommentiert und sie hat sich, also meine Routine, bevor sie uns verlassen hat, habe ich wirklich, bin aufgestanden, WhatsApp gemacht, Videocall, jeden Tag. Wenn ich das nicht schaffen konnte, wegen der Zeit oder so, dann habe ich das am Arbeitsplatz gemacht, im Büro, Arbeitskollege hinter mir immer gewesen und dann habe ich einfach Videocall gemacht, hey, wie geht es mit meinem Dad, wie geht es dir und was habt ihr gemacht und so weiter, so Alltagsgespräche. Jetzt bin ich wieder in die Arbeit und jetzt versuche ich mich anzupassen. Natürlich ist das dieses bedrückende Gefühl oder dieses traurige Gefühl ist noch da und das wird auch für ewig bleiben. Meine Eltern haben uns zwar verlassen, aber ich bin sehr beruhigend und sehr beruhigt quasi, dass ich sie finden konnte und dass ich sie an meinen Bruder weitergeben konnte und dass sie jetzt in einem ruhigen Platz im Frieden jetzt liegen, weil wenn ich nicht, wäre ich nicht vor Ort gewesen, hätte wirklich kein Mensch extra für mich gesucht und nicht einmal die Leute, die mit mir vor Ort waren, haben einmal geglaubt, dass da eine Stimme ist, dass da jemand da ist. Also ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden, dass ich diesen Schritt gemacht habe, weil sonst hätte wirklich mein ganzes Leben ein schlechtes Gewissen bekommen und wahrscheinlich werde ich kein glückliches Leben mehr haben. Etwa 30 Millionen Menschen waren vom Erdbeben in der Türkei und Syrien betroffen. Mehr als 2,5 Millionen Menschen sind geflohen. Hunderttausende sind bis heute obdachlos. Mindestens 56.000 Menschen sind gestorben. Mohammed und Zubaydah waren zwei davon.